Fast 1 zu 1 der P1 ist wirklich fast 1 zu 1 übernommen und das Heck ist wirklich 1 zu 1, das vom MP4. Und deswegen hat der Wagen nicht irgendwie sowas, was ihn besonders macht. Weil das, was ihn besonders macht, das Front und das Heck, das haben seine Brüder und Geschwister. Und die geben ihm das einfach nur. Und das ist irgendwie nicht so, dass mir fehlt, was eigenständig ist an dem Auto. Und das ist wirklich ein Misoas.